Oh yeah! Wow! Jo, hallo, willkommen, mein Name ist Aniro Elpig und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Worms 3D für die PS2 von Sega und Team 17 von mir, Let's Play, für euch, boah, sehr geil und ja, ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel, ich wollte es ehrlich gesagt schon vor ne Woche aufnehmen, allerdings habe ich gemerkt, ich habe irgendwie keine Kopie mehr von Worms 3D oder ich kann meine nicht finden oder habe ich verkauft und glaube ich aber nicht und oder habe ich verliehen, weiß ich nicht, jedenfalls hatte ich sie nicht mehr, musste mir sie neu bestellen und jetzt bin ich hier. So, ich habe schon mal, bevor ich hier angefangen habe, mit irgendwas die Vibration eingestellt, obwohl die überhaupt nicht funktioniert, aber naja, geht bei meiner PS2 nicht. Und ja, ich habe schon mal ein Team hergestellt von Würmern und zwar Danielus Buben, boah, da haben wir unsere Hauptcharakteren und zwar William Orne, da versteht es einer, Rainer Skill, da versteht es einer, Bob Verklopp, Olaf Günther, Karl Hans und Dani Ruh. So, hier unsere ganzen Einstellungen hier, das ist unsere Flagge und das ist die Sprache übersprechen, boah, geil, in Deutsch und wir haben das Superscharf als Superwaffe oder Sonderwaffe, äh, ja, keine Ahnung, ist schon sehr lange her, seit ich das Spiel gespielt habe, ich habe vor den Einzelspieler hier zu machen und zwar, oh, okay, das gibt es auch, ähm, habe ich den nie gespielt, ehrlich gesagt, ich habe immer nur mit Kollegen oder alleine hier so Multiplayer-Schlachten gemacht, also so, oder 15 Schlachten einfach, ne, und den Story-Modus, ich weiß ehrlich gesagt, habe ich den schon mal angerührt, ich glaube, ja, ich weiß auf jeden Fall, ich habe das Lernprogramm mal irgendwie, ja, das ist ja dieser eine Level, wo man so Zielscheiben abschließen musste, glaube ich, und, ähm, ja, die habe ich nie gespielt, das werden wir hier nachholen und dann mache ich dann natürlich direkt ein Let's Play draus, das ihr gerade seht, hier und jetzt, boah, und, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal, Schnuschwachs an, warum ist es bei mir ein Kreuz, welcher Team nicht benutzen, Norbert, was haben wir hier neue, äh, Wompedia, ah, da kann man die Waffen und sowas alles einstellen, äh, angucken, meine ich, Prozentsatz, oh, da ist es hier, was wir freigeschaltet haben, cool, habe ich glaube ich auch noch nie was freigeschaltet, kann sein, aber gucken, das fangen wir mal direkt an, wow, ich freue mich so sehr, ne, ich glaube, irgendwie WOMS 3D, wie lange ist das her, für eine Verpackung, oder gerade im Zielmenüstand 2003, aber, weiß nicht, ist das wirklich so lange, ja, ich weiß auch nicht, heftig, WOMS 4Z habe ich irgendwie vor ein paar Jahren noch gespielt, aber, das hier, aber da habe ich auch irgendwie nur Multiplayer-Schlachten gemacht, das folgt natürlich auch nach diesem Projekt, aber, eins nach dem anderen, erstmal spielen wir das hier, und dann sehen wir mal weiter. Ich habe noch einige andere 3D-Wurm-Titel, die können wir ja auch nochmal machen. So, wir kommen bei unserem Trainingslager Atlantis, hier lernen Sie die Grundlagen des Spiels kennen. Fangen wir mit den Bewegungen des Wurms an. Würmer werden mit dem linken Analog-Stick bewegt. Wenn Sie bereit sind, können Sie einen Wurm über eine der weißen Kistchen bewegen. Okay, sehr geil. Und, okay. Ich werde jetzt schon auf, die Kamera ist blöd. Ja, ist inventiert und das mag ich nicht. Heiliger Bimmer, Sie haben gerade Ihre erste Gesundheitskiste eingesammelt. Haben Sie schon gemerkt, dass die Zahl oben rechts im Bildschirm gestiegen ist, als Sie die Kiste eingesammelt haben? Sie zeigt die Gesundheit des Wurms an. Je gesünder der Wurm, desto schwieriger ist er zu töten. Sie müssen sich vor allem eines merken. Wenn alle Wurmer tot sind, haben Sie das Spiel verloren. Sammeln Sie nun die übrigen Gesundheitskisten ein, wenn sie breit sind. An die Level erinnere ich mich sogar. So, hier. Ich gucke nach oben, ich gucke nach unten, ich gucke nach... Ich drücke nach unten, ich drücke nach oben. Das ist irgendwie... Da werde ich mich nicht gewöhnen. Ich habe, das kann man auch umstellen. Ich habe die Vibration eingestellt, aber... Jetzt nicht geguckt, ob man da das machen kann. Hauptproduktiv. So, sprengen kann man mit 4, das weiß ich noch. Einige Sachen vergiss mal halt. Nee, ne? Wenn der Wurm sich hinter einem Hinternis befindet, möchten Sie vielleicht die Kamera bewegen. Keine Sorge, das geht ganz einfach, wenn Sie den Rechner analog sich bewegen. Warum versuchen Sie es nicht? Wenn Sie mit Ihrer Kamera zufrieden sind, sammeln Sie die restlichen Gesundheitskisten ein. Okay, cool. Wups. Ja, mit der Kamera bin ich nicht zufrieden. Hm, ich soll auch sagen. Ich schenke. Das heißt, keine Schöcke. Ich spreche nur in Deutsch. Glück gemacht. Ich sehe schon, dass mit dem Bewegen haben Sie schon gut drauf. Weiter geht's mit Sprüngen. Wir können springen und so Orte reichen, die zu Fuß ansonsten nicht zugänglich werden. Zum Springen drücken Sie die 4 Klasse. Sammeln Sie einmal die Gesundheitskisten oben auf den Tempelmauer ein. Um sie zu erreichen, müssen Sie springen. Viel Glück, Soldaten. Bam. Da haben wir genau Doppelsprünge gemacht, ne? Boah, geil. Gut Arbeit. Sie scheinen die Sprünge ganz gut zu meistern. Versuchen wir es doch mit den nächsten Schwierigkeitsgraden. Ein Rückwärtssalter ist ein Sprung, mit dem Sie höher kommen als mit einem normalen Sprung. Damit erreicht Ihr Wurm sogar Orte, die durchgehen oder Springen nicht zugänglich sind. Ein Rückwärtssalter vollführen Sie, indem Sie schnell zweimal nacheinander in der 4 Klasse rücken. Das ist etwas gewöhnungsbewerblich, aber sehr wichtig. Auf der Seite der Säule Zempel haben wir eine Waffenkiste deponiert. Verwenden Sie Rückwärtssalter, um hinaufzukommen, um sie einzukassieren. Machen Sie schon, Soldat. Ich weiß irgendwie, dass ich das nie irgendwie so in Worms 3D benutzt habe. Ich habe das mehr so in Dings benutzt. In Forks. Wenn man davon nur zweimal drücken. Ich glaube, wenn man mehrmals drückt, dann funktioniert das nicht so, wie ich das jetzt gerade bemerkt habe. Glückwunsch zur ersten Waffenkiste. Waffenkisten enthalten Waffen, die Sie brauchen, um ihre Feinde zu vernichten. Damit ist allen klar, wie wichtig sie sind. Da Sie eine Bazooka eingelammelt haben, wie wäre es mit ein paar Schießsymbolen? Öffnen Sie die Waffenleiste mit der Kreistaste und wählen Sie das Bazooka-Symbol mit der X-Taste, um die Bazooka zu wählen. Dwingen Sie nach der Auswahl die X-Taste zum Feuern. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto weiter geht der Schuss. Verwenden Sie die Steuerkonztasten, um einen Flugband und die Richtung zu wählen. Sehen Sie die Ziele an dem kleinen Tempel dort drüben? Versuchen Sie diese mit der Bazooka zu erwischen. Nehmen Sie sich genügend Zeit. Wenn Sie nicht treffen, macht das nichts. Sie haben genug Munition. Okay, mal gucken, wie ich mich da anstelle. Wupp. So, Kreis, okay. Bazooka, boah. Boah, nicht so hoch. Hey, da ist nicht inventiert, wat? Wie? Hä? Okay. Okay. Der erste Schuss hat schon mal meinen gesamten Skill hier definiert. Also, ihr wisst, worauf ihr euch jetzt hier eingelassen habt. Weiß nicht. So. Volle Pulle. Jawohl. Guter Schuss. Sie machen einen hervorragenden Fortschritt. Ja. Alles ist besser als Null. Vielleicht wäre es sinnvoll, beim Schießen einen anderen Kamerwinkel zu verwenden. Ja, ja. In diesem Teil erinnere ich mich auch noch sehr stark. Jawohl. 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 Haha, jetzt läuft's. Jawohl. Jetzt mache ich schon die Windrichtung hier. Beachten, nehme ich an. Sehr gut. Gut gemacht. Als Sie zerstört und die erste Mission im Feld mit fliegenden Farmen standen. Wenn Sie mit den Schießwürfungen fertig sind, bahnen Sie sich den Weg zum Wasserflugzeug. Dann fliegen Sie raus zum nächsten Trainings- und Trainingsstandort mein ich. Wow, geil. So. Wenn man auch blöd hat, die Kammer so ist. Warum ist hier vollkommen alles inventiert? Damit komme ich gar nicht klar. Wow. Da war ich aber noch weiß. Da drin ist noch was. Das weiß ich auch noch. So ungefähr zehn Jahre später weiß ich soweit immer noch klar. Aber wie ich sehe, haben Sie ein Geheimnis- und Deck. Geheimnis finden Sie über das Gesamtspiel verteilt. Wenn Sie auf ein Geheimnis stoßen, kann ein Contest-Menü, ein Wurmpod-Modus, ein neues Level oder etwas anderes freigegeben werden. Diese Geheimnisse hat diese Mehrspieler-Karte freigegeben. Glückwunsch, sparen Sie sich nun den Weg zum Wasserflugzeug, um die Mission zu verlassen. Und denken Sie daran, die kommende Mission die Augen offen zu halten. Man weiß nie, wo Geheimnisse auf einen warten. Wow, geil. Okay, kann ich das auch kaputt machen oder habe ich das schon freigeschaltet? Ach so, ja. So, ja. Um weiter zu schießen. Ja, wie gesagt. Ich habe es auch hier eingelassen. So. Okay, ist unkaputtbar. Ah, ja, genau so kann man auch so gucken. Ich mache die weiter mit Typ Spiegel. Ich bleibe da weg. Hallo. Alter, warum ist das? Das ist halt so groß. So riesige Level wird man nie im Leben sehen können. Oder? Weiß ich ja nicht. Ich meine, Forth war irgendwie so groß. Ich will natürlich auch irgendwann folgen, das Display. Das Wasser sollte ich lieber nicht berühren, weil da stirbt man. Boah. Boah, der Luft. Sehr geil. Ich habe gar keine Exklusion. Egal. Ich habe irgendwie einen Knall. Oh, was haben wir da drin? 금ianat. Per yes. Granaten. Ho. muss ich jetzt mal gucken hier möchte ich bitte hier die inventierung umstellen dabei gibt es ja nicht umzustellen was ich nicht die inventierung umstellen er hat jetzt die lautstarken weise ja geht nicht warum nicht nur ein ja okay dann dann werde ich ein paar probleme haben na gut das lernprogramm weiter zwölf minuten ja klar schauen wir noch nun haben wir ja grundlagen beisammen eigentlich wollten wir ihnen im stillen plätzchen etwas tränen in granaten werfen zu kommen lassen aber anscheinend hat der feind wind davon bekommen und ist ihn in das gebiet eingedrungen sieht so aus als müssen die granaten einfach sinnvoll einsetzen und den feind erledigen viel glück soll hat aber ich hab das letzte eigentlich vorgelesen wir kommen in der welt von worms hd soll hat ich bin major blutbart was ich werde sie durch die grundausbildung im feld leiten diese lernprogramme zeigen ihnen wie sie die waffen im spiel am besten verwenden und führen einige strategien ein die sie benötigen um ihren feind zu besiegen wir haben noch viel vor fangen wir also an sobald sie bereits sind ich glaube ich ganz vorgegeben ach jetzt habe ich hier ein häkchen das heißt ich habe damit den geschafft oder was dann die ausprobieren ja dann ab zur nächsten mission tiefer geht es nicht wie diese die ganz hier einleitung von granaten nehme ich an sehr gut hey da bin ich nah die whipping boys ok schön dass sie wieder da sind soldat wir hatten ja eigentlich vor ihnen den grundlagen die grundlagen im umgang des mit waffen die ein zünder haben die er zu bringen aber da der feind ja schon da ist können sie das gleich in der praxis erproben sehen sie diesen gegnerischen boom da drüben sein name und seine gesundheitszeichen werden in einer anderen farbe angezeigt als bei ihren würmer dann erkennen sie dass er einen anderen team angehört wenn sie den scanner oben im bildschirm betrachten sehen sie dass seine position durch einen punkt in seiner teamfarbe gekennzeichnet ist so finden sie feindlichen wir mal wenn sie diese nicht direkt sehen können nun versuchen wir es einmal diesen feindlichen wo mit einer waffe mit seiner zu töten als erst versuchen wir es mit dynamit sehen sie diese kiste das ist eine waffenkiste erinnern sie sich noch daran wir haben den umgang damit in der ersten trainingsmission im feld geübt dahin finden sie erst nötige dynamit holen sie sich also zunächst das dynamit dann zeigen wie es ihnen so richtig jetzt zeigt es mir so ist jetzt hier auch ein geheimnis direkt hier unten oder so gut und damit sei mit zünder das heißt sie explodiert wenn der zünder auf null steht und nicht wie bei der bazooka dann wenn sie auf dem boden aufprallt wenn sie das dynamit ausnehmen sie die waffenleiste mit der kreistasse öffnen und dann das dynamit symbol wählen nach auswahl des dynamits mit der x-taste bewegen sie den wurm mit der linken analog stick an den gewünschten explosionsort in diesem fall direkt neben dem feindlichen wurm drücken sie die x-taste um das dynamit fallen zu lassen doch ich muss sie warnen sobald sie das dynamit fallen lassen müssen sie schnell land gewinnen es kann urplötzlich explodieren wenn sie bereit sind lassen sie das dynamit neben den feind fallen und verwenden sie ihre rückzugszeit um sich möglichst weit vom ort der detonation zu entfernen gehen sie ran ich dachte ich soll weg davon okay ja ja ich hätte mich nicht daran gewöhnen können so dynamit wenn wir in zünder einstellen oder so wie kann man denn die explosionszeit einstellen egal kümmer durch darum ich habe platzscher gehört hervorragend haben sie die explosion gesehen nur ich musste um mein leben wenn sie jemals sehr nah an einer gruppe fand ich auch immer stehen ist damit eine erfolgreiche waffe dadurch die explosion sämtlich wir mal in der nähe zu schaden kommen passen sie darauf dass sie nicht selbst verletzt werden nun damit müssen sie sich um einen fall weniger sorgen machen den dynamit ist also eine waffengattung mit zünder aber es geht auch andere waffen dieser art die genauso nützlich sind sehen wir uns einmal granaten näher an die auf dynamit explodieren granaten sobald der zünder auf null steht im gegensatz zu dynamit das man nur ablegen oder abwerfen kann lassen sich granaten jedoch auch werfen sehr gut muss ich den rubbish hier treffen sehen sie den gegnerischen wurm neben dem alten lkw dort drüben versuchen sie eine granate in seiner nähe zu werfen sehen sie sich zeigt wenn sie nicht gleich treffen ist das kein problem sie haben werden sie haben mehr als genug position wenn sie bereits sind sammeln sie die kisten dort drüben ein öffnen sie die waffen leiste und wählen sie das granatensymbol aus wenn sie mit dem steuerkopf die wurfrichtung und die flugbahn wenn sie diese gewählt haben wer werfen sie diese granate mit der x taste je länger sie die taste gedrückt halten desto weiter wird die granate geworfen die anzeigen hier wie mein charakter heißt vom gegner hier sehen aber von mir nicht doof so granate na dann kommen wir ja das war nicht weit genug wie man hat jetzt komme ich ein paar millimeter näher sagt es jetzt dazu weil man sich da früher mal weil ich würde dir natürlich gerne finden wollen vielleicht auch direkt hier drunter als mann im nasi ist die ganze zeit am laufende so ätzend ich sehe irgendwie nirgends wurde schatzt oder soll das war mal so dann nochmals ganz getroffen na warte dann jetzt aber nicht zu mich auch jetzt zum zünder da zwei sekunden mit l2 ok jetzt richtig der frisst die gute schuss wie sie sehen hüpft die granate herum bis der zünder auf null steht da eignen sich granaten besonders gut für den einsatz gegen feinde die sich in löchern oder höhen verstecken die granate häufig bis direkt zu ihnen rollt weiter mit dem nächsten ziel ja trotzdem unter dem auto mal gucken ein weiterer feind ist in das gebiet eingerungen vernichten sie mit der granate wenn sie dazu bereit sind übrigens haben sie schon einmal einen anderen kameranwinkel ausprobiert halten sie die r1-taste geduld um die landschaft aus der ich perspektive zu sehen halten sie die r2 gedrückt r2-taste gedrückt um eine draufsicht anzuzeigen vielleicht kommen sie ja damit besser klar so warte mal ich versuche das jetzt mal aber ich habe 25 leben ich weiß ja wohl nicht so viel neben abzug bekommen wenn ich irgendwie runter falle weil er ist ja wirklich ein geheimnis sich doch wissen weiß man ja nicht mein gott die kamera geheimnis ich glaube nicht verdammt ich glaube ich habe ich aber so da hat er wohl dann echt getroffen geil drei schaden overkill hat sich auch nein nicht da oben hervor und als nächstes sind spitterbomben an der reihe in der kiste dort drüben finden sie welche spitterbomben sind wie granaten sie werden auch auf genau dieselbe weise eingesetzt jedoch mit dem unterschied dass spitterbomben bei der detonation jede menge als teils erfahren somit eignen sie sich hervorragend für den umgang mit feinden die nahe beieinander stehen diese feinde dort drüben sind also ideale ziele für spitterbomben denken sie daran je länger sie x-taste gedrückt halten desto weiter fliegt die spitterbombe verwenden sie nun die kreistrasse um die waffenleiste zu öffnen und wählen sie die spitterbombe aus rufrichtung und flugbahn wählen sie wie bei der granate mit den steuerkreuzen nehmen sie sich genug zeit versuchen sie die spitterbombe so nah wie an ihre feinde wie möglich zu bringen je näher sie kommen desto mehr schaden bewegen sie viel glückssalat vor allem bekomme ich irgendwie angezeigt wenn ich ein geheimnis gefunden habe oder so aber irgendwie mal gut zu wissen bloß ich jetzt bloß irgendwie ja wieder sicher hochkommende glase plötzlich unbedingt die nase putzen wenn ich noch gott wie soll ich jetzt da auch kommen da ich hier schon wieder gemacht ach daran werde ich mich nie gewöhnen sehr gut da war ein abenteuer so spitter granate bombe meine ich und sagt ich glaube das reicht nicht oder verdammt habe ich eingetroffen ich könnte jetzt wagen euch dann entgegenzustellen der war gut da war schlecht verdammt jetzt da jetzt aber hey ich hab dir so getroffen ist ja gut okay wenn der explodiert wer hätte in anderen da auch bestimmt auch getroffen ja genauso wie selbstmord wie sie sehen eignen sich spitterbombe form für das angreifen von feinen die sich in höhlen oder schläge senken aufhalten noch mehr wenn sie die nahe beieinander stehen da dürfte übrigens gerade die letzte verstärkung des gegners eintreffen gut gemacht sie hier also klar schiff machen sie hier also klar schiff das schaffen sie ja alleine wenn sie bereit sind vernichten sie alle übrigen feinde feindlichen würmer mit einer spitterbombe oder eine granate vergessen sie nicht dass sie wie bei allen granaten ähnlichen waffen die l2 taste zum ändern der zündung zum ändern der zündung man ja jetzt sagen jetzt wenn sie sowieso dabei sind hier aufzuräumen können sie ja mal ausprobieren welche wirkungen sie dann erzielen lassen sich genug zeit um sich an eine granate zu gewöhnen sie sind wichtige waffen des warms arsenals wir sehen uns dann wenn die luft hier rein ist viel glück dabei okay mach mal die letzten auch noch fertig dann ist auch gut für diesen part glaube ich smelly und für die schmutzigen jungs und der eine ist auf jeden fall tot so gut bei groß und wir werden auch wieder sehen großer grausame welt war alles los nicole grausame welt das sagten die auch glaube ich auch in deutsch schnell ja okay jawohl da sind so große explosion dabei die stimme von dem so jetzt aber wir können die alle daneben treffen ja granaten werde ich glaube nicht so oft benutzen das scheint verdammt was ist da stirb sondern aber das sind eins aber jetzt muss ich aber treffen das ist hier schon die ersten kommentare die fliegen so willkürlich trifft ihn damit nicht aber schon jawohl meine güte da kann ja was werden bei dem display jetzt haben wir es ihnen gezeigt gut gemacht soldat was und ja schon wieder und noch mal okay ich glaube er ist tot kein geheimnis gefunden anscheinend dann sprechen wir hier dann werden wir mal in der nächsten folge die nächste training selber machen kommt aber eine oder ja okay dann würde ich sagen ich hoffe einige gefällnisprojekt hier was ich aufgegabt habe und ich hoffe einige schauen sich das an und wir sehen uns hat in der nächsten mal gefahren den let's play ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal